Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video, in dem ich mich heute mit euch mal wieder etwas mit dem Thema Equipment beschäftigen möchte. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen was vorbereitet und es soll um das Thema Fälle gehen, mit denen wir unsere Trommeln bestücken können. Wann solltet ihr euch mit dem Thema Fellwechsel beschäftigen? Zum einen, wenn sie schon relativ abgenutzt sind. Das heißt, sie haben extreme Spielspuren, ihr seht hier, oder sie bekommen Dellen, wenn ihr hier mal in der Spiegelung seht, dann bekommt ihr eure Trommel nicht mehr entsprechend gestimmt und bei diesen Coated-Fällen nutzt sich auch diese raue Beschichtung ab, sodass ihr einfach keinen entsprechend guten Klang mehr erzeugen könnt. Oder es betrifft den Fall, dass ihr euch überhaupt noch nicht so mit dem Thema beschäftigt habt, die Fälle vielleicht noch nie auf einem Set gewechselt habt. Für den Fall ist das hier genau das Richtige für euch, denn oftmals ist der Fall, sei es, dass ihr das Set zu einem Laden gekauft habt oder auch wenn ihr ein gebrauchtes Set gekauft habt, dass ihr mit anderen Fällen den Klang eurer Sets nochmal extrem steigern könnt. Lasst uns jetzt dafür die einzelnen Trommelgruppen durchgehen, um einen Überblick zu bekommen, was das richtige Material für euch ist. Erstmal schaut auf den Fällen, ob die entsprechende Marke steht, ob ihr schon ein Markenfell verbaut habt. Da gibt es nämlich gar nicht so viele verschiedene Hersteller. Entweder ihr habt Fälle von Remo, die sehen dann entsprechend so aus, oder die Marke Evans ist noch extrem verbreitet. Es gibt noch Aquarian Fälle und mit Sicherheit noch die eine oder andere Marke. Aber Remo oder Evans sind schon die Go-To Marken, mit denen ihr euer Set ausrüsten solltet. Auf der Snare-Drum ganz klar solltet ihr ein sogenanntes Coated Fell verwenden, das weiße mit der rauen Oberfläche. Wenn ihr merkt, dass dort extreme Spielspuren sind und der weiße Belag sogar an manchen Stellen schon durchsichtig wird, solltet ihr es schnellstens mal versuchen zu wechseln. Da empfehle ich aber auch tatsächlich vielleicht wieder ein ähnliches Fell zu nehmen, nämlich ein sogenanntes Ambassador-Snair-Fell, wenn ihr euch für Remo entscheidet, oder bei Evans heißen die Fälle G1. Das heißt, ihr habt ein sogenanntes einlagiges Fell. Ihr könnt euch durchaus dafür entscheiden, eins mit einer Verstärkungslage in der Mitte zu nehmen. Dort seht ihr so einen dunkleren Punkt durchscheinen, weil von unten noch eine zusätzliche Lage Kunststoff verklebt ist. Damit ist das Fell einfach haltbarer. Alles weitere würde ich schon als Schnickschnack bezeichnen. Ihr könnt den Sound ein bisschen mit Gaffer oder anderem Abdämpfmaterial kontrollieren und dann funktioniert das Ganze. Wenn ihr wissen wollt, wie eure einzelnen Trommeln stimmt, schaut mal in anderen Videos von mir vorbei, da werde ich da genau darauf eingehen. Kommen wir zu Bassdrum. Da diese Fälle extrem teuer sein können, können wir da vielleicht vorher über ein, zwei andere Dinge nachdenken, den Klang noch zu retten oder zu optimieren. Da geht es auch viel um Dämpfen, Dinge in die Bassdrum legen oder das Fell an sich nochmal ein bisschen nachdämpfen. Wichtig für euch, was das Fell angeht ist, ist außenrum ein Verstärkungsring angebracht. Bei älteren Sets kann es durchaus mal sein, dass es nicht der Fall ist und dann werdet ihr recht schnell einen ziemlich ungewohnten resonanten Sound mit der Bassdrum haben, der dann relativ schnell stören kann. Insofern seht ihr entweder so einen durchsichtigen Streifen außen, der quasi lose hinter dem Fell angebracht ist, also eine recht dicke Lage, die nochmal zusätzlich zur Dämpfung des Fells angebracht ist. Oder zwei dünne Streifen außen, das betrifft jetzt die Remo-Fälle. Die heißen dann Powerstroke 3 oder Powerstroke 4. Wie gesagt, wenn euer Fell das nicht hat oder nicht von diesem Typ ist, lohnt es sich da nachzurüsten oder von den Tipps gebraucht zu machen, die ich euch in dem Equipment-Video zum Thema Bassdrum-Stimmen gezeigt habe. Jetzt kommen wir noch zu den Toms, von denen ich sagen würde, dass sie hier in dem Bereich das meiste Potenzial haben, dass wir den Klang dort steigern können. Hier macht sich nämlich extrem bemerkbar, wie dick eure Felle sind bzw. wie viele Lagen sie haben. Und jetzt kommt, ich mach's relativ kurz, ich empfehle euch klar, ein doppellagiges Fell zu wählen. Von Remo heißt dieses Fell Emperor, von Evans dürfte es G2 heißen. Damit sind die Toms von Werk aus eigentlich nie bestückt. Ihr bekommt damit aber mehrere Vorteile. Zum einen habt ihr einen wesentlich knackigeren und fetteren Sound auf der Tom und zum anderen bekommt ihr die Dinge auch eine Ecke einfacher gestimmt. Die dünnen einlagigen Felle haben im Gegenzug nämlich relativ viel Resonanz und auch Obertöne und die unter Kontrolle zu bekommen, auch mit dem Resonanzfällen Einklang zu bekommen, ist schon eine Herausforderung. Das hat damals bei mir zumindest beim ersten Fellwechsel richtig Bock gemacht, weil die Toms eben ganz anders klangen danach. Ihr könnt auf den Toms auch Coated Felle aufziehen. Dadurch klingen die noch mal eine ganze Ecke dumpfer und etwas matter im Vergleich zum etwas klareren, helleren Attack, wenn ihr die Trommel gerade trefft. Das ist dann Geschmackssache. Aber ich würde mal sagen, wenn ihr Rock, Pop am Schlagzeug spielt, je nachdem auch unabhängig davon, wie lange ihr schon dabei seid, macht es erstmal Sinn, diese doppellagige Option zu wählen. Cool, das ist erstmal das wichtigste. Es gibt natürlich, wie bei allem anderen Equipment am Schlagzeug, ein unglaubliches Sortiment an Fällen für diverse verschiedene Einsatzzwecke und Geschmäcker. Aber davon solltet ihr euch vielleicht erst nicht zu sehr verwirren lassen, sondern mal klar diese Upgrades tätigen, wenn ihr Lust dazu habt. Solltet ihr jetzt also zur Tat schreiten und Erfahrungen sammeln, kommentiert auch gerne unter dem Video, sodass ich mal einen Eindruck davon bekomme, was eure Meinung dazu ist. Ich freue mich drauf. Insofern viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.